Hallo Leute, herzlich willkommen beim Tech Talk, hier ist Fabian und heute möchte ich mit euch über die große SSD-Kontroverse bei den neuen M2 MacBooks reden. Konkret ging es eigentlich um das M2 MacBook Pro mit 256 GB SSD-Speicher, aber im Grunde gilt genau das gleiche auch für das neue M2 MacBook Air. Grund der ganzen Kontroverse ist, dass einigen Testern, insbesondere den Jungs des YouTube-Kanals MaxTag aufgefallen ist, dass die SSD-Geschwindigkeiten bei der 256 GB Version deutlich abfällt und sogar langsamer als bei der letzten M1 Generation ist. Das Problem betrifft ausschließlich die Basis-Version mit 256 GB SSD. Warum das so ist und ob das wirklich ein Problem ist, darüber spreche ich mit euch in diesem Video. Der Grund, warum die 256 GB SSDs sowohl beim neuen M2 MacBook Pro als auch beim M2 MacBook Air langsamer sind als bei den größeren SSDs, so wie bei den M1 Vorgängern, das besteht im verbauten Speicher, denn anders als beim Vorgänger verbaut Apple bei den neuen M2 MacBooks nur noch einen einzelnen 256 GB NAND-Speicherbaustein, statt 2x128 GB wie noch im Vorgänger. Das betrifft wie gesagt nur die Basismodelle der M2 Rechner. Ab 512 GB SSD werden beide NAND-Speicheranbindungen genutzt, was den Vorteil hat, dass diese beiden Slots parallel gelesen und beschrieben werden können. Das ermöglicht eben doppelt so hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Nun könnte man sich ja fragen, was daran genau das Problem ist, denn die SSD-Speicher heutzutage, die sind doch so schnell, dass ein bisschen höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten keinen großen Unterschied im Alltag machen sollten. Richtig? Das stimmt prinzipiell zwar schon. Das Problem ist allerdings, dass das Basismodell des M2 MacBook Pro und auch des M2 MacBook Air mit nur 8 GB Arbeitsspeicher kommen. Das bedeutet, dass das System eben regelmäßig den virtuellen Speicher, den sogenannten Swap, nutzen muss, sprich die SSD. Und das ganze CPU-Konzept von Apple mit der Unified Memory Architektur, die ist eben von schnellen SSD-Geschwindigkeiten abhängig, so dass der Nutzer nahezu keinen Unterschied merkt, wenn das System auf den tatsächlichen Arbeitsspeicher zugreift oder eben den virtuellen Arbeitsspeicher auf der SSD. Das trifft auch bei den neuen M2 MacBooks zu, wenn man jetzt nicht zu viel Multitasking oder aufwendigere Video- und Bildbearbeitung durchführt. Die Tests von Magstack zeigen aber, dass beim Basismodell des M2 MacBook Pro definitiv teils deutliche Performance-Einbrüche zu verzeichnen sind, sobald man auch nur ein paar Sachen parallel geöffnet hat und das System dann tatsächlich den virtuellen Speicher ausnutzen muss. Man kann das beim Fotoexport in Lightroom sehen oder beim Rendern von Videos. Hier war teilweise sogar der M1 Vorgänger schneller oder eben M2 MacBook Pro Modelle mit mehr SSD-Speicher und Arbeitsspeicher. Sprich, sobald man ein M2 MacBook Pro mit 512 GB SSD-Speicher kauft und noch besser mit 16 GB RAM, dann hat man ein System, das je nachdem, was man macht, zwischen 15 und 80 Prozent schneller läuft beim Exportieren von Videos oder Fotos. Und alles nur, weil Apple hier bei den SSDs ein wenig gespart hat. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ein Großteil der Nutzer diese Geschwindigkeitsunterschiede gar nicht bemerken wird. Zum einen fehlt einem häufig der Vergleich. Otto-Normal-User haben schließlich selten mehrere Rechner parallel am Start. Zum anderen handelt es sich um die Einstiegsmodelle. Und es ist hier nicht unbedingt zu erwarten, dass die Nutzer unbedingt viel 4K oder 8K Videobearbeitung oder aufwendige Fotobearbeitung mit Photoshop oder Lightroom machen oder gleichzeitig unzählige Fenster und Tabs offen haben. Also ja, vermutlich werden die allermeisten von euch auf diesen SSD-Flaschenhals gar nicht treffen. Meine Meinung zu dem Ganzen. Es ist jetzt auf keinen Fall so, dass die neuen M2 MacBooks mit 256 GB SSD schlechte Rechner wären. Die sind immer noch pfeilschnell und unter vielen Umständen auch schneller als die M1 Vorgänger. Aber erstens sollten so große Leistungsunterschiede in der gleichen Modellreihe meiner Meinung nach nicht auftreten. Erst recht nicht, nur weil Apple hier ein paar Euro sparen möchte. Und zweitens würde ich heutzutage ohnehin jedem empfehlen, bei einem Mac auf mindestens 512 GB SSD und 16 GB Arbeitsspeicher zu setzen. Das ist tatsächlich nicht nur förderlich für die Performance eures Rechners, wie man jetzt sieht. Es ist einfach so, dass man 256 GB unter macOS wirklich recht schnell voll kriegt. Es sei denn, man macht wirklich nur einfache Office-Tätigkeiten. Videos schauen oder im Internet zu surfen. Doch dann kommen wir direkt zum nächsten Problem. Startet man nämlich sein M2 MacBook Pro oder M2 MacBook Air mit einer 512 GB SSD sowie 16 GB RAM aus, dann ist man schon bei 1959 Euro bzw. 2059 Euro. Und das nochmal deutlich schnellere M1 Pro, MacBook Pro 14 Zoll Basismodell, das kommt direkt mit 512 GB SSD und 16 GB RAM und das startet bei 2249 Euro. Also der Unterschied ist jetzt nicht mehr allzu groß zu einem deutlich schnelleren Rechner. Also diese Entscheidungen, die sind jetzt alle nicht ganz so einfach. Es hängt halt wirklich sehr davon ab, wie eure Aufgabengebiete sind, was ihr mit eurem Rechner machen wollt. Und diese Preise, über die wir hier reden, das ist alles schon ganz schön heftig. Wer jetzt einen wirklich günstigen Einstiegslaptop in der Mac-Welt sucht, der sollte meiner Meinung nach am ehesten zum älteren M1 MacBook Air greifen. Das hat wie gesagt auch in der Basisausstattung noch die schnellere SSD, so dass hier weniger Risiko besteht, dass man Performance verliert, wenn der Rechner mal auf den virtuellen Arbeitsspeicher zugreifen muss. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Euer Fabian.